Okay, lebt da noch einer? Nö. Also die Waffe, die ich jetzt gerade habe, gefällt mir sehr, muss man sagen. Das ist echt eine geile Wurme. Wat? Wat willst du? Ratpfanne auf dem Kopf. Oh, der hat eine Granate daran gehabt. Ich glaube, das sind so eine Selbst-Eliminierungs-Fuzzis irgendwie. Kann das angehen? Wegen Leuchtenrot, wie ein Weihnachtsbaum und dann explodieren sie auch noch, ey. Ich frage mich, ob man sich hier auch Perks freischalten kann. Das kann man sicherlich auch, ne? Das ist doch nett. Das ist doch nice. Die haben auch andere Waffen jetzt. Guck dir das mal an. Usas. So, ein Shotgun. Ne. Nicht so mein Style. Also, wie man sieht, nach jeder Angriffswelle haben sie anscheinend immer andere Waffen dabei. Also, das ist ja natürlich einerseits gut, einerseits schlecht. Also, wenn sie auf einmal hier mit Snoop-Typs oder so rumtüren, dann sind sie natürlich nicht so geil, ne? Muss man ehrlich sagen, also. Bin ich nicht der Freund davon. Ich muss mir jetzt erstmal wieder mein Haus suchen, wo ich war eben. Da bin ich wieder rein. Vorsicht! Feinde sollen C4 an der Brust tragen. Da, da, diese Selbst-Eliminierungs-Fuzzis haben C4 an der Brust. Und der zieht ganz scheiß aus, weil ich hier voll, ja, in der scheiß Position bin, muss man ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht mehr... Oh, ich muss weg, ich muss weg. Ich scheiß jetzt gerade auf alles. Kann man sich hier irgendwie verschanzen? Ja, verschanzen schon, aber ich will in ein Gebäude rein. In ein Gebäude. Ich hab doch hier eins gemütet. Ach, da war's, ja. Das hab ich gemütet. Ja, kommt her. Ich hab für euch alle Waffen. Ist natürlich... Da, explodiert er. Ist einerseits geil, ist einerseits scheiße. Ich meine, wenn er jetzt vor mir steht und dann explodiert, ist natürlich scheiße, ne? Also, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn er vor meiner Fresse explodiert, dann ist das natürlich nicht so schön, ne? Also, das muss man ja jetzt sagen. Ich glaub, von hier kommen sie gar nicht, ne? Ja, wirklich. Von hier trauen sie sich gar nicht so. Weißt du was? Ich werf das einfach mal. Keine Ahnung, was das war. Ich glaub, ne Blendgranate. Da wieder C4-Typi. Erkommt ihr? Jawoll, kriegen Punkte. Also, keine Ahnung, warum, aber das turnt mich richtig an, wenn ich da sehe, die ganze Zeit Punkte und so. Also, keine Ahnung, warum. Nur wegen dieses Scheiße, äh. Au, 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 au. Also, könnte ich mir vorstellen, wirklich das mehrfach zu spielen, also. Dieser Modus macht mir auf jeden Fall mehr Bock, als so ein ollener scheiß, ganz ehrliches Zombie-Modus. Also, der Zombie-Modus gefällt mir ehrlich gesagt. Ich bin davon kein Freund, kann man ganz ehrlich, also. Zombie-Modus? Ne, nicht so wirklich. Ich frage mich, ob man auch sich andere Abschlussjagen kaufen kann, bestimmt, ne. So ein Flugzeug, irgendwas, Bomber oder so, ne. Kann man sich doch bestimmt kaufen. Ich wollte mir eigentlich Munition kaufen, aber ich sehe gerade, ich hab ja noch alles voll, also. Für was dann, also. Ich bleib mal hier, glaub ich. Ja, ja, da war ich, genau da war ich. Da hab ich mich schon gekämmt. So, mach ich gleich mal bereit. Okay, brauch ich ja eh nicht mehr machen, wegen... Geht ja nicht mehr auf. Und hier liegen... Immer noch was. Kampfhunde. Da kommen sie schon angedackelt. Da ist der Erste. Da sind normale Feinde. Ich explodier. Und, Bom, Bom. Nice. Aber irgendwie sehe ich das nicht, wenn die am Leben sind, ob sie Z4 dran haben, ne. Das ist, das ist ein bisschen komisch, also. Ja, das ist natürlich nicht so... Ja, komm, naja. Wisst ihr, was? Hier, Granate. Die stehen davor, alle. Vor der Tür. Ich muss jetzt mal nachladen. Ich hätte gerne... ...den Perk... ...so Flinkheit, also. Dass ich schneller nachladen kann, also. Das bräuchte ich echt jetzt gerade, also. Das ist echt ekelhaft. Das langsame Nachladen und so. Ich hoffe, euch macht es eigentlich Spaß, mir jetzt zuzusehen, also. Dass ich einfach mal dieses Scheiße hier austaste. Und ein neues freigeschaltet. Diesen Luftschlag haben wir freigeschaltet. Nett, nett, aber kaufen... Also, muss ich nicht haben, also. Ganz ehrlich. Aufruf, komm. Ich gehe mal trotzdem da hin. Ich möchte mal sehen, ob man sich das kaufen kann, neben der... Ne, war ja klar. Deswegen brauche ich das nicht, wegen Predator. Ist eigentlich... Ja. Ja, okay. Luftschlag ist natürlich auch geil, also. Kann man nicht anders sagen, aber. Ich meine, wenn da wieder so ein Heli angetanzt kommt und dann habe ich so einen Luftschlag, also. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, okay, wenn da wieder zwei Helis ankommen, dann ist es natürlich auch wieder ein Schusch. Geil, da muss ich wieder dahin rennen. Da, siehste? Siehste, da kommen sie wieder, dieser Hans-Wusch da, ey. Mit diesem Heli da. Aber auch ein Fußsoldater, da seien sie sich gerade ab. Der seilt sich doch gerade ab. Na, da seien sie sich gerade ab. Hier kriegen sie mal gleich eine Granate. Also, ist die gerade abgeprallt am Baum? Ne. Ja, keine Ahnung. Na, da sollen sie herkommen. Hab ja für jeden was. Och, ne, 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 ne. Ne, bitte nicht so ein Kerl, ey. Ja, da hau ich gleich mal eine Predator rein. Also, auf so ein Hans-Männchen habe ich keinen Bock. Also, die habe ich schon bei Modern Warfare 2 nicht gemacht. Also, mit diesen... Äh, oh, schnell zieh. Ah, guck mal hier. Da, ruhige Hand. Ah, oh, le deste Acht. Huh, huh, huh. Gut. Nehmen wir das. Wie? Jetzt darf ich mir nicht mehr was anderes kaufen, weil ich... Toll. Achso, hier, guck mal. Ah, ich muss das erstmal abwerfen. Und dann da... Ah, da sagt mir das mal einer. Komm, 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 beeil dich mal, Heli, ey Ich hab ja nicht ewiges Zeit hier Gleich kommen wieder Feinde und dann ist hier Action angesagt Also hier, früge Hand, jetzt hab ich wieder ein extra Perk Boah, auf jeden Fall spare ich erstmal für die ganzen Perks Ich kann mir eh noch nicht welche kaufen, aber Perks sind auf jeden Fall immer gut, also Das kann man nicht anders sagen Ich hab keine Granaten mehr und es sieht gerade sehr, sehr scheiße aus Also, es kann jetzt wirklich sein, dass ich jetzt hier gleich verrecke Es kann nicht so nur sein, es ist einfach so Weil, das überlebe ich niemals, also Das ist schon mal Klar, wie weiß ich nicht was Es sind einfach zu viele Mann, er wird da nicht, Kollege In der Scheißdeckung, ey Ihr könnt doch einfach mal zu mir vorbrechen und sagen Hallo, ich bin der Hans und ich Will eine Kugel von dir Denn darauf stehe ich, ne? Ne? Und wie man sieht, wenig Munition ist natürlich nicht so geil Also, ganz klar, nicht so geil Dann auch noch, auch noch bei meiner Waffe Oh, warte, warte, da stehst du einfach mal vor mir, also Das gefällt mir, also Nett Ich würde gerne die AK haben, danke Nice, haben wir geschafft, haben wir geschafft Ganz einfach, also Es war ein Kinderspiel Ne Quatsch, das war kein Kinderspiel Also, das ging schon Heftig zu, also Ich muss erstmal Ich brauche ein bisschen Übung So Munition aufgetankt, nice, nice Behalten wir mal die Waffe, ja Behalten wir einfach mal Dann würde ich gerne nochmal zu diesem Abschussserien-Teil hingehen Ab welches Level? Ab Level 8 kann man sich das kaufen Hier jetzt Wenn ich jetzt Level 8 bin, von dem Rang her, dann Achso, jetzt, ich darf ja nicht Was? Das habe ich jetzt gerade überhört Also man muss das echt, die Ansagen muss ich anhören Wegen Die sagen ja immer, was jetzt kommt Und was ist jetzt abgehört Was überhaupt Also irgendwie, keine Ahnung warum, aber Irgendwie sind die Gegner schon bescheuert, ne Die stehen da, also die kommen zu der Tür und Springen sofort wieder runter Da konnte ich echt ein paar Leute In den Rücken schießen Kann man durch die Wand da schießen? Habe ich gerade durch die Wand geschossen? Ja, ne Ja, da kann man durchschießen, ach, das ist ja nice Die ist ja super Lebt da noch einer? Da lebt da noch einer Ja, da kann man durchschießen Ja, ich weiß, was ich mache Ist gerade ein bisschen Ich weiß nicht, was ich habe Und so, wegen Vercampen und so Und Granate und so Ist natürlich auch nicht sehr geil Oh, jetzt, 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 jetzt Wollen sie es wissen Jetzt wollen sie es wissen Jetzt kommen sie hier mit Flashgranaten Mit Granaten, alle was sie haben Und versuchen zu stürmen Aber nicht mit mir Denn ich wurde befördert Und, äh, Hans-Männchen Die Aktivität 500 Was für eine Aktivität ich leiste Ist natürlich auftraglich Wegen Camping-Aktivität Ist natürlich immer so Sehr geil Oh, den, der, der hat, der hat's drauf Beziehungsweise ich kann jetzt gerade nicht so wirklich ziehen Jetzt, oh, Mensch Fuck, fuck, fuck Stimmst du denn jetzt hier vor? Das ist ja natürlich nicht so schön Was man sagen So Achso, ich kann mir ja keinen extra Pog kaufen Wegen der tollen Predator Ich hoffe immer, jetzt kommt irgendein Heli Also, ein einzelner Heli Und dann kann ich ihn abschießen Und dann kann ich mir wieder was kaufen Wenn man's überhaupt kann F5 kann ich mich mal breit machen, endlich Also, ich muss ja nicht 10 Stunden hier warten Immer, kann man breit machen Und dann geht schon die Action gleich los Und zwar jetzt, Feinde, komm Vorsicht, Feinde sollen C4 an der Brust tragen Das ist natürlich immer sehr geil Wenn sie C4 an der Brust tragen Wenn sie in In den ganzen Gegner explodieren Natürlich ist es nicht sehr geil Wenn sie bei mir explodieren Also, das muss man ganz ehrlich sagen Also, darauf stehe ich natürlich nicht so Oh Ja, das ist natürlich jetzt so richtig scheiße Ach, du Scheißgranate hier Also, einmal sterben durfte ich Und jetzt darf ich überhaupt nicht mehr sterben Wegen dann ist Ende im Gelände Und dann ist es vorbei Und hier ist wieder eine Granate Ich hoffe, die trefft mich nicht Nö, hat sie nicht, hat sie nicht Alles klar Oh Mann, ey, wohin ich einfach mal schießen Das ist echt ekelhaft Ja, kommt Das ist Campingstyle, Leute Das ist Camping Also, das ist echt extremes Camping Zum Glück laufen sie erstmal da Und dann gehen sie wieder zurück Also, das ist irgendwie, keine Ahnung Wie man gerade gesehen hat auch Irgendwann die andere Waffe schnappen Die hat noch ein bisschen Munition drin Da vorne müsste noch einer sein What the fuck? Wie lag der denn da? Habt ihr es gesehen? Keine Ahnung Wahrscheinlich die neue Kamasutra-Stellung Da will ich mich ja nicht einbischen, ne? Was der da vorhatte Naja, egal Lassen wir das So, ich gehe natürlich wieder gleich mal Zu dem Munitionsteil Vielleicht kaufen wir uns Eine andere Waffe einfach mal Wegen die Waffe Ist ja auch nicht mehr das Geilste Und so, finde ich Ah Sturmgewehr natürlich AK Verbessern Ach, die kann man auch noch verbessern Sag an Ja, ich würde auf jeden Fall gerne Erstmal die SCAR nehmen Und die AK Würde ich gerne verbessern Mit ein Achso, hier Aufsatzunterlauf Also, okay Hä, hä, hä Ich bin noch nicht mal irgendwo in einem Haus Und da kommen schon Kampfhunde und alles Also, das ist natürlich geil Muss man ehrlich sagen Das ist natürlich richtig geil Das gefällt mir sehr Jetzt haben wir hier eine SCAR Und ich finde die Waffe schon mal sehr, sehr geil Also Die ist nett Die ist nett Und wenn ich jetzt gleich abgekackt bin, sei ich Die Waffe war scheiße Das war alles Wegen der Waffe Warum ich jetzt verliere und alles Und kleiner Ruckler gehabt Ja, also Ja Jawohl Komm, explodiert Mir noch Punkte rein Aktivität wieder mal Geht hier Wegen meiner tollen Camper-Aktivität Und ich müsste mir mal Granaten kaufen Also das geht ja gar nicht klar Aber Ich habe die ganze Zeit keine Granaten Ich könnte die echt super immer werfen Weil wir da vorne immer Hochkommen Nix sagen Ich fail Oh, oh, oh Explodiert du sauer Danke Bitte nicht bei mir Explodieren Lebt da noch? Ne, ne? Ne Ach Mensch Der hat schön auf mich gewartet Oh, ich Oh Das war da Das war da Das war Glück Das war Glück Oh Mann Also das war echt Glück Also da habe ich gerade nicht so wirklich aufgepasst Das explodiert und so Und ausrüsten kann man Ziefviel kann man sich hier kaufen Weißt du was? Ich mache mir gleich schon Spaß Genau Ich werde mir gleich schon Spaß machen Und damit meine ich nicht diese Spaß Die Shotgun-Spaß Denn ich werde mir gleich schon Spaß machen Und zwar werde ich hier einfach mal ein bisschen zu viel Weißt du was? Weißt du was? Leck mich am Arsch Kriegst du hier rein Kriegst du da rein Ja, das war natürlich Fail, ne? Also Da kommen jetzt diese ganzen fetten Soldaten Und da verhaue ich das, ne? Das ist natürlich nicht der Geil Das ist überhaupt nicht toll Das ist total kacker Das ist überhaupt nicht toll Kommen sie da? Ja, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie Habe ich beide? Jawoll Ich habe die beiden Dicken Männer da gekillt, ne? Das waren doch dicke Männer Guck dir das an Diese fetten dicken Männer Der ist da sogar schon Im Boden da fest, ne? Das ist natürlich sehr geil Das ist natürlich sehr geil Das war's für sie, da kommen sie denn? Das war's für sie, da kommen sie denn? Das war's für sie denn? Vielen Dank.